Herzlich willkommen hier in diesem Interview, das wir heute wieder führen, nachdem unser Coaching beendet ist. Ich habe heute die wundervolle Angelika Ruf zu Gast und wir unterhalten uns darüber, was sich seit ihrem Coaching bei ihr getan hat, in ihrem Business und in ihrem Leben. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Angelika, magst du mal erzählen, wer bist du, was machst du, wie unterstützt du Menschen in deinem Business? Ja, erstmal hallo Andrea und ich freue mich dabei sein zu können. Ja, ich bin Angelika Ruf, ich bin Naturschüslerin und Coaching und ich verbinde Haareschneiden mit Coaching, weil ich einfach gemerkt habe, dass beim Haareschneiden ganz viel passiert, ganz viel sich löst und im Innen einfach sich ganz viel löst und verabschieden kann. Manchmal ist es dann einfach so, dass da zwar schon viel passiert, aber das Haareschneiden alleine noch nicht ausreicht und deswegen auch noch Coaching kann. Du hast das noch nicht immer verbunden, das Haareschneiden mit dem Coaching, richtig? Was hattest du dir am Anfang von unserem Coaching gewünscht? Also wo standest du, als du mich gebucht hast? Ja, als ich dich gebucht habe, hatte ich zwar schon meine Coaching-Ausbildung, aber habe mich nicht getraut, damit rauszugehen. Und ja, was ich mir gewünscht habe von unserem Coaching, das war einfach, dass ich mehr in meine Kraft komme, dass ich meine Themen angehe oder meine Qualitäten auf die Straße bringe, dass ich die rausbringe. Und ja, das gelingt mir jetzt mit seiner Unterstützung. Also wir haben da ein paar karmische Dinge gelöst und da ist der Knoten geplatzt. Was war denn da vorher immer die Situation? Ich kann mich erinnern, dass du losgehen wolltest, aber es hat dich was zurückgehalten, richtig? Genau, genau. Ja, es war für mich auch körperlich spürbar, dass ich richtig wie angeschnallt war. Also ich habe mich in Bewegung setzen wollen und in kleinen Schritten, in kleinen Etappen sind es auch gelungen. Und dann war doch wieder was da, wo mich zurückgehalten hat. Ja, da sind wir in das Coaching drauf gekommen, dass es ein Erlebnis war, als ich groß war, als ich froh Jahre alt war und da tatsächlich wirklich angeschnallt war irgendwo. Ja, das war sehr, sehr heftig ist. Es war lebensvoll das Ereignis damals. Ja, das haben wir uns nochmal angeschaut und aufgehört. Das hat mich jetzt verfreit und lässt mich jetzt vorwärts gehen. Super. Was hat sich denn seitdem ergeben? Was ist passiert danach, als du losgelassen warst? Ja, das war fantastisch. Also ich hatte vorher in meinem Business zwei Kunden in der Woche und das hat sich dann nach dem Coaching, also von jetzt auf gleich, ich war total happy und überrascht. Also das Telefon hat mich mal stillgestanden. Ich hatte von zwei Kunden in der Woche, zwei am Tag oder manchmal sogar auch drei. Wow. Wow, wow, wow. Ja, richtig wow. Aber nicht nur, weil wir das Anschnallen gelöst haben, sondern du hast ja auch ein paar Dinge umgesetzt, die plötzlich auch möglich waren, richtig? Also ich sage es immer dazu, es reicht nicht einfach nur, das Karma zu lösen, die karmische Verstrickung zu lösen, sondern man muss dann auch die Dinge tun, die notwendig sind, dass Kunden zu einem finden. Was ging plötzlich, was vorher nicht ging? Was hast du umgesetzt? Genau, ja, also das habe ich auch ganz deutlich gespürt. Im Laufe meines Lebens, das Arbeiten allein, das reicht nicht. Die Handlung muss unbedingt noch dazu. Und ja, unser Coaching hat es mir möglich gemacht, dass ich in die Handlung gehen konnte. Und zwar, ich habe Videos gedreht, habe die auf Facebook gestellt. Ich habe ein Interview für eine Zeitung gegeben und ja, erschien ein Artikel über mich in der Zeitung. Ja, was habe ich noch gemacht? Ja, ich hatte zum Beispiel ein Bars-Wochenende mir gegönnt. Das ganze Wochenende nur Bars gefangen. Ja, ich war einfach in der Handlung. Mein Fokus war auf Business und vorwärts gehen und was will ich. Ja, wo soll es überhaupt hingehen? Ist es dir schwer gefallen, den Fokus zu halten? Überhaupt nicht. Es war ganz selbstverständlich. Es war dann einfach im Flow. Es ist von alleine passiert. Und wenn du für die Leute, die jetzt nicht die Bars kennen, das kommt von Access Consciousness, es ist eine Möglichkeit, dich zu entspannen, dass dein Körper sich so entspannt, um besser empfangen zu können. Denn der Körper empfängt Kunden, er empfängt das Geld, er empfängt die Dinge, die du in deinem Leben haben möchtest. Und wenn du das natürlich alles miteinander kombinierst, dann ist das der Booster. Deshalb gebe ich auch so gerne die Bars an meine Klienten weiter, wenn ich auf den Ort sage oder empfehle es, sich eine Barsitzung zu gönnen. Super, mega toll, schön. Was ist denn dann, was ist passiert, nachdem dein Studio voll war, deine Praxis voll war? Das ist ja auch noch so erkenntnisreich gewesen, sage ich mal. Ja, absolut. Das war wirklich sehr erkenntnisreich. Und zwar, nachdem ich jeden Tag so viele Kunden hatte, hat mein Rücken angefangen, weh zu tun. Also ich habe wirklich richtig heftige Rückenschmerzen danach. Ja, und da wurde mir dann klar, also ich habe dann gefragt, wie kann es jetzt leichter werden? Ich will ja. Also ich war glücklich und war erfüllt mit dieser Arbeit. Aber mein Körper, ja, hat gesagt, irgendwas stimmt noch nicht. Und ja, dann habe ich gefragt, wie kann es leichter gehen? Und dann wurde mir klar, dass ich das Coaching zu meiner Arbeit dazunehmen will. Also, dass ich nicht nur, in Anführungsstrichen, Haare schneiden mag, sondern dass ich das einfach mit dem Coaching auch verbinden mag. Und all meine anderen Fähigkeiten, Kalente und Qualität, die ich auch habe. Also ich bin sehr stürig und ich nehme auch Etiketten wahr. Und ja, das möchte ich jetzt alles nicht in den Haarschiffen integrieren, sondern nicht mal. Erzähl doch mal, wie ist das, wenn du Haare schneidest und das Coachen miteinander verbindest? Welche Ergebnisse haben deine Kunden schon erzielt, die du begleitet hast? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja doch ganz was Neues. Ja, also das kann man sich so vorstellen, dass ich zum Beispiel eine Kundin begleitet habe. Also bei ihr habe ich gelesen, gelesen in den Haaren, dass sie ihr Äußeres und ihr Inneres, also das, was sie in sich trägt, an Schätzen und Qualitäten, noch nicht in die Welt rausbringt. Und ohne jetzt so sehr ins Detail zu gehen, habe ich sie dahingehend begleitet, dass sie das geschafft hat, dass sie ja in ihre Größe gekommen ist, in ihre Selbstliebe. Und ja, heute ist sie, also damals war sie Single und nicht besonders glücklich. Und heute ist sie in einer glücklichen Beziehung mit Hochzeitsplänen. Und ja, eine andere Kundin, die kam zu mir, die hatte ja eine nicht gut funktionierende Beziehung. Und ja, sie kam dann nach Hause, also sie hat mir dann hinterher berichtet, sie kam nach Hause und der Mann hat sofort, was hast du getan? Was ist mit dir? Wer bist du so ungefähr? Also es war so eine starke Veränderung in mir, dass auch in dieser Beziehung, ja, dass es da wieder weitergegangen ist, vorwärtsgegangen ist. Wow, schön. Dann kannst du dich doch darauf positionieren, oder? Ja. Dann bringe ich mich wieder zum Strahlen und meine Partnerschaft läuft auch wieder wunderbar. Oder ich gewinne Mr. Right. Also ich werde von Mr. Right gefunden. Wie schön, das freut mich so. Das ist so ein schönes Business und ich freue mich, dass du es jetzt auch angehst und das anbietest. Wo kann man dich denn finden, wenn jemand hier das Interview sieht, wo kann man dich kontaktieren? Wenn man auch das Gefühl hat, man möchte das mal ausprobieren. Die alten Zöpfe abschneiden, Buchstaben, die alten Themen loslassen, dass das neue kommen kann und dass man sich glücklich und leicht fühlt. Genau, ja. Ja, mich kann man finden in Landau in der Pfalz unter Haare und Mensch oder auch unter Angelika Ruh. So findet man mich. Ja, was du gerade gesagt hast, mag ich gerade noch kurz darauf eingehen. Die alten Zöpfe ab, das fängt sich ja in jede Frau, wenn ein einschneidendes Lebensereignis da ist und dann braucht es auch wieder eine neue Zukunft. Und dann müssen die alten Zöpfe tatsächlich ab. Genau. Dann kannst du sie zusätzlich noch begleiten, diesen Wandel zu wuppen und sich die neuen Dinge zu kreieren. Die Leben wirklich beitragen. Genau. Super, super schön. Was glaubst du denn, was hat dir in unserem Coaching am meisten geholfen? Was war so das, was den Schalter rumgedreht hat, als wir zusammengearbeitet haben? Ja, einmal diese karmische Auflösung, also diese karmischen Verstrickungen. Da gab es ja noch anderes. Also gut, dieses Ereignis, was ich ganz am Anfang beschrieben hatte, das war ja eher ein Trauma. Und ja, dann gab es ganz viele karmische Verstrickungen, wo wir gemeinsam herausgefunden haben, dass ich an diesem Thema schon, ich nenne es jetzt mal große Überschrift heilen, dass ich da im früheren Leben schon dran war oder wir ja gemeinsam. Und das ist nicht immer gut für mich ausging. Ja, und da ist auch eine Angst dahinter gewesen, wenn du deine Heilkunst auslebst, dass du Angst hast, wieder zu sterben, dass man dich umbringt. Und so wie wir das aus dem Mittelalter kennen, viele, viele, viele Klienten, die ich habe, haben, die bringen diese Angst mit, die immer noch wirkt, die immer noch in den Zellen gespeichert ist. Ja, aber das ist jetzt weg und dadurch, also es ist ganz wichtig für die Zuschauer auch nochmal zu wissen, wir lösen Trauma da aus, aus diesem Leben. Karma aus dem früheren Leben. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sich dafür anerkennt, was man erlebt hat und dann noch die notwendigen Schritte in diesem Leben geht, um Kunden zu gewinnen. Wenn du genau diese Einfolge beachtest, dann geht es dir wie Angelika, dass dir bald die Kunden die Bude einräumen. Und dann noch zu schauen, wie kann es leichter gehen und auch wirklich die Herzensdinge, und du hast es schon lange in den Tag coachen zu wollen, wüsstest du nicht, warum du immer das gut gehalten wirst, das dann auf die Straße zu bringen. Und auch wirklich dafür zu gehen und das anzuerkennen. Das spüren deine Interessenten, die dir folgen und buchen dich dann auch. Ja, genau. Genau so ist das Glauben. So schön. Liebe Angelika, ich danke dir ganz lieb für dein Feedback und dass du deine Erfahrungen mit den anderen teilst. Ich danke dir auch. Ich wünsche dir für dein Business ganz viel Erfolg und dass du ganz viele Menschen in ihrer Leichtigkeit führst, über die Haare und mit deinem Coaching. Ich finde es grandios, was du machst. Vielen, vielen Dank. Ja, ich wünsche mir das auch. Alles Liebe. Ja, danke.